Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde Skywars. Ich habe gerade schon mal Skywars gespielt, allerdings habe ich vergessen den Aufnahmeknopf zu drücken, aber ihr hattet dauer nichts verpasst, außer dass ich mal wieder so schnell gestorben bin, wie es nur geht. Oh! Upsa! Warte mal! Ich habe den Crafting Table mit mir im Crafting Table, nicht da! Na da! Hallo! Ich habe den Cable bekommen! Da. H unravel! Austausal. Wo war auch? Vielen Dank. Vielen Dank. Angebrannt. Hey, ich habe einen Erfolg gekriegt. Angebrannt. Ja, so hat er nichts von mir gekriegt. So, also dann. Ach, mal wieder das T getrückt. Ich gehe mal da rein. Aber jetzt, passt auf. Jetzt werde ich gewinnen. Werde einfach so gewinnen. Ups, genau so werde ich gewinnen. Ich werde alle Leute verarschen. Dann gewinne ich einfach. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich möchte mal da lang laufen. Oder auch nicht. Ich habe auch 15 Sekunden Zeit, um da lang zu laufen. Schneller. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Ja, nein, das schaffe ich nicht mehr. Springe ich. Bin doch nicht mehr mal aufgekommen. Nein, da ist was. Nein, nein, zack. Da war es hier. Ne. Untergehen. 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 Nehmen wir den mit. Und nehmen wir den mit. Dann schauen wir mal. Was können wir anziehen? Das, das, das. Ach, die Eisenbrust ist besser. Schieben wir nochmal hier ein paar Schuhe an. Unter Helm. Müssen wir da die Sachen rein, die wir nicht brauchen. Ein besseres Schwert haben wir auch. Die Schuhe weg. Und. Dann geben wir mal ein paar Erfahrungspunkte. Äh. Okay. Ach. Können wir doch wieder reinsetzen. Jetzt verschwindet meine Stimme. So, packen wir das weg. Das nimmt das weg. Jetzt schnappen wir auch schnell die Dias, die hier sind. Dann ist alle da, ist noch einer. So, das war es dann mal mit den Dias. Eine sieben, was können wir da was machen? Eine Hose. Warte mal, hatte ich nicht eine Hose? Ja, hatte ich. Gut, dass ich keine gemacht habe. Dann machen wir eine fünf. Also ein Helm. Ach, Menno. Ach, Menno. Oh. Und dann aber. Dann. Dann wer mir gewinnt. Gerade bei der Runde, wo ich vergessen habe, aufzunehmen, habe ich den Erfolg Crofter gekriegt. Weil ich Holz abgebaut habe. Cool, wa? Ich bin ein richtiger Crofter. Oh, ich bin hier drin. Oh, ich bin hier drin. Ich, äh, ob es jetzt hier extra kommt. Ich glaube, ich war hier schon mal. Bin mir bekannt vor. Oh, ich bin wieder um. So, dann schauen wir mal. Oh, ich bin hier drin. Wo ist eine Kiste? Da ist eine. Zack, mitnehmen. Da ist eine. Zack, mitnehmen. Äh, keine Kiste. Ich führe mein Bäcker klingelt. Aha. Wo ist denn mein Bäcker? Ich muss halt ein bisschen noch klingeln. Oh. Okay. Ich ziehe mich manchmal schnell an. Eis und Schuhe. Das. Ich habe keine Krust. Was zur Hölle soll das? Ich habe eine Enderperle. Oh. Nee, da bürfe ich mich nicht rein. Da ist schon einer. Okay. Das brauche ich auch nicht. Butter, ich bin voll. Brauche ich auch nicht. Obwohl, die Enderperle. Halte ich mein Star fest. Warum nur? Ach, warum habe ich jetzt Verbindung gekappt? So. Okay. Jetzt aber. Letzte Runde. Jetzt. Muss doch mal was. Hier gerissen werden. War mein in der Windel. Okay. Ja. Jetzt muss hier mal richtig was gerissen werden. Ich dachte, das könnte man nachher. vielleicht ein bisschen so marina, ne kann man nicht so hier war ich doch schon mal vorhin drinnen ok dir das das ich habe aber keine gute äh das ist ja Hosen warum habe ich die Hose weggetan das Schwert weg die Axt weg und Erfahrungspunkte gebe ich mich aber schnell ähm ein Gold Apfel brauchen wir gleich wenn einer kommt äh 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 holz äh 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 ich habe jetzt 4 Dia damit kann ich ein Schwert machen da ist 5 6 na gut aber aber ein Schwert vielleicht und dann brauchen wir das ja nicht mehr äh 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 Vielen Dank. Ich habe dir nur drei Herzchen abgezogen. Irgendwie muss man noch besser Schaden machen. Wie geht denn das? Ich habe doch schon ein Dior Schwert gehabt. Mensch. Na ja, egal. Oh, die Enderperle ging daneben. Und... Jo. Hä? Okay. Drei Spieler noch da. Also ein Spieltier. Und die beiden Kämpfen da. Und... Ja. Aber wenn der nichts macht, hat der bestimmt verloren. Und bei der hat das bessere Equipment. Sag nicht, der baut sich da jetzt ein. Ne. Hat Spitzhacke. Das ist noch eine Steinspitzhacke. Oder nicht. Mit Stein kann auch keine D abbauen. So, der ist jetzt in der Mitte. Und... Der bedient sich da ein bisschen. Und nur ein bisschen. Was macht der da schönes? Der schaut sich jetzt alle Truhen noch mal nach. Ob da was drin ist. Als ob da noch was drin in den Truhen. Na ja. Ich sag mal, der hier hat gewonnen. Der verzaubert sich jetzt gerade schön. Schmeißt die ganzen Sachen weg. Jetzt müssen wir von hinten kommen und den einmal schlagen, dass er runterfällt. Ha! Dann würde ich mich kaputt lassen. Dann geht ihr zur nächsten Kiste. Der hat ja doch noch was gefunden. Das sind sowieso noch EPs und da ist einer gestorben. Und... Und ich denke mal, jetzt spotter sich da hoch und läuft dann da lang. Und so weiter und so fort. Sieht er den nicht? Ah doch, der hat kommt was. Okay, gut. Jetzt wirklich vorbei. Ich denke, er hat gewonnen. Ich hoffe, ihr habt den Spaß. Und dieser Folge... Ich ein bisschen... Wäre ich besser gewesen, weil ich ein bisschen mehr Spaß gehabt habe. Oh, ne, die wollen sich jetzt aufeinander zu. Das wird jetzt spannend. Das, das lassen wir jetzt doch nochmal durchlaufen. So, wer wird gewinnen? Ich dachte, der wäre schon komplett. Die hält ja noch Goldschuhe an. Und der hat... Der ist komplett wieder jetzt. Okay. Fair? Nö, fair ist unfair. Nein. Ich habe doch bestimmt Eier oder sowas. Ach, da, Schnibbel. Ja, super. Baut er sich da eine kleine Burg. Und nimmt da einen Spitzag, um euch kaputt zu hauen. Und nimmt da keine Angst. Ja, dann schauen wir mal, wie weit sie kommen. Swolo. Ah, da hat keine Holzblöcke mehr. Pass auf, der springt da oben jetzt so runter und ist tot. Ne, hat das den Tee schon gesehen. Warum schmeißt er jetzt seine Erfahrungspunkte da weg? Okay. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir wieder dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.